Wir haben im Deutschen Bundestag vereinbart, dass wir die Vertreibung der Armenier als das bezeichnen, was die Historiker uns immer wieder gesagt haben als Völkermord. Warum machen wir das im Deutschen Bundestag? Deshalb, weil das Deutsche Reich damals als Hauptverbünde der Türkei um die Dinge wusste und geschwiegen hat, sodass wir auch eine Mitverantwortung an dem haben, was geschehen ist.